hallo und herzlich willkommen zu einem neuen fahrzeug review hier auf meinem kanal heute mal wieder ein flugzeug hatte ich ja schon lange nicht mehr und ohne hilfe hätte ich dieses video auch nicht fertig bekommen gebe ich ganz ehrlich zu sepax steht hier pate für das was ich euch gleich zeigen werde es geht um die bf 109z die mit patch 179 ins spiel gekommen ist so wie sie jetzt hier im hangar steht solltet ihr sie schon mal nicht verwenden das gleich vorne weg das böhmchen hier vorne könnte getrost eine tonne kloppen hat unter dem flugzeug im grunde genommen nichts zu suchen damit kann man auch jetzt nicht wer weiß was reißen ist vielleicht so ein kleines behelfsmittel für die leute die mit dem flugzeug ansonsten gar nichts hinbekommen da können sie wenigstens irgendwo noch eine bombe drauf werfen zumal die wiedergabe der bombenlast jetzt auch nicht korrekt ist also dieses flugzeug konnte durchaus 500 kilo bomben transportieren wobei allein die aussage dieses flugzeug schon komplett falsch ist denn die bf 109 z so wie sie hier bei uns im spiel angekommen ist hat es nie gegeben und nicht mal in irgendeiner art und weise als bleistift zeichnung oder sonst was es gab eine bf 109 zwilling allerdings waren das andere kabinen andere motoren andere bewaffnung das heißt warum kaijin sich jetzt für diese fiktive variante der z entschieden hat kann ich euch nicht sagen bevor jetzt gleich wieder irgendwelche leute verschwörungstheorien in den ganzen dingen die hier passieren vermuten nein macht euch da mal keinen kopf das ist ein richtig starkes flugzeug wir gehen trotz alledem mal eben ganz kurz auf die maschine selbst ein ihr seht dass wir haben hier zwei bf 109 rümpfe die im grunde genommen zusammen geschustert wurden sind hier vorne hat man so ein stück tragfläche noch dazwischen konstruiert da hinten hat man ein bisschen tragfläche dazwischen konstruiert ansonsten ist so bis zu da und bis hier und da und hier so dass jeweils fast eigenständige flugzeuge da wo hier normalerweise ein pilot sitzen könnte hat man dann zusätzliche kraftstoff tanks eingebaut in der realität bei der echten set die es gab und der pilot der sitzt hier auf dieser seite das hat im übrigen diese diese art der konstruktion hat dafür sorge getragen dass dieses flugzeug mit gehkräften zu kämpfen hatte beziehungsweise das flugzeug als solches eigentlich gar nicht unbedingt sondern der pilot dadurch dass der schwerpunkt oder die drehachse hier genau in der mitte dieses flügels gewesen ist was jedes mal so wenn die maschine am rollen war dass der pilot hier viel größeren gehkräften ausgesetzt gewesen ist als ein pilot der genau auf der rollachse sitzt dementsprechend konnte in der realität das flugzeug zum rollen fast nicht gebraucht werden ob man jetzt mit so einem flugzeug rollen muss oder nicht muss ist schi die roll auf jeden fall war es in der realität dafür eigentlich nicht zu gebrauchen weil das hier hinten eher wie so ein katapult ist man wird nach oben katapultiert oder nach unten gerissen und dementsprechend hat man dann probleme als echter mensch mit diesen gehkräften weil eben die rollbewegung hier über den mittelpunkt des mittleren flügels stattfindet im spiel kann man mit der maschine rollen das haut einen dann auch nicht gleich den piloten auszusorgen alles gut die bewaffnung ist das eigentlich starke an diesem flugzeug wenn wir uns die jetzt mal hier in den modifikationen angucken dann seht ihr dass wir haben 30 mm gurte ergo haben wir dementsprechend auch eine ordentliche wumme nämlich 30 mm mk 108 maschinenkanone und die gleich vier mal aber auch hier gibt es wieder einen kleinen umsetzungs fehler denn die z die gebaut worden ist oder die beiden sets die gebaut worden sind da hatten diese maschinenkanone fünf mal nicht vier mal diese hier hat es nur vier mal ist egal ist immer noch ein extrem starkes flugzeug das sage ich hier gleich an der stelle ein sehr sehr starkes flugzeug von der munition ja solltet ihr mitnehmen die allzweck munition wenn ihr auf normalen karten unterwegs seid wo die lichtverhältnisse dementsprechend sind alternativ kann man dann noch auf die nacht munition für den nachteinsatz umsteigen da hat man dann dementsprechend leuchtspur geschosse im regelfall ist allerdings hier die allzweck munition die munition die ihr benutzt und auch da können wir uns einfach mal den gut angucken ihr seht das heit 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 also wir haben hochexplosive minengeschosse mit leuchtspur und dann jede vierte patrone ist noch eine brandgranate die brandgranate ist jetzt nicht wirklich so wichtig was wichtig ist sind die minengeschosse und in dem zusammenschnitt gleich werdet ihr sehen können was diese minengeschosse mit einem gegner anstellen ich habe für euch was vorbereitet dank sepaks unterstützung habe es für euch ein bisschen gekürzt zusammengeschnitten wir sehen uns danach hier im hangar wieder bis dahin viel spaß so gerade eben im hangar hatte ich es ja einmal ganz kurz schon gesagt dort ist nicht die z wie sie tatsächlich in der realität da gewesen ist was da jetzt genau falsch gelaufen ist kann ich euch nicht sagen ich kann euch allerdings sagen wie es wirklich gewesen ist es gab einmal eine variante die aus zwei schulungsflugzeugen zusammengesetzt worden ist die wir einfach nur da um zu testen ob sich sowas überhaupt umsetzen lässt es ging hier primär darum aus dem vorhandenen material etwas neues zu konstruieren das entweder als höhenjäger eingesetzt werden kann oder als schnellbomber schnellbomber war ja damals so das was die oberpfeife sich am meisten gewünscht hat und aus diesen überlegungen heraus sind dann letztendlich zwei z varianten entwickelt worden z1 und z2 bei der z1 ging es tatsächlich um einen höhenjäger wurde zusammengesetzt aus zwei rümpfen von g modellen und wir haben hier modell rümpfe also da sieht man schon einen großen unterschied und diese z1 höhen variante sollte dann mit 5 30 mm maschinenkanonen ausgerüstet werden zwei sollten durch die naben schießen zwei durch gondeln unter den tragflächen genauso ist es hier auch dargestellt und eine fünfte sollte dann genau in der mitte des mittleren flügels noch mal angebracht werden somit 5 30 mm maschinenkanonen was haben wir bekommen 4 30 mm maschinenkanonen bei der z2 ausführung ging es primär darum bomben irgendwo hin zu transportieren und da war die mindestbombenzuladung die angedacht gewesen ist 500 kilogramm und das sollte bis zu 2000 kilogramm gesteigert werden dafür hat man das fahrwerk modifiziert sie hat längere fahrwerksbeine bekommen damit diese großen bomben überhaupt unter dem flugzeug aufgehangen werden können übrigens eine wunderschöne szene die wir jetzt hier gesehen haben spreche ich gleich auch noch mal im anschluss darüber im hangar einfach mal ebenso kurz in die richtung rotz und das flugzeug fällt auseinander hätte ich niemals hinbekommen gehen wir noch mal wieder zurück zur geschichte dieses flugzeuges man hat deswegen das fahrwerk modifiziert es ist zum einen längere fahrwerksbeine drunter gekommen zum anderen größere räder damit diese 500 kilo und 2000 kilo bomben überhaupt unter dem flugzeug angebracht werden können dementsprechend auch nicht hier im spiel angekommen warum das so ist kann ich euch nicht sagen wir nehmen die nächste szene aus dem gleichen gefecht auch hier hat sepaks im fliegen eigentlich nur auf die richtige situation gewartet wir haben das gerade eben gesehen wie er da oben ganz wunderbar das eine flugzeug das im head-on sich mit ihm anlegen wollte förmlich in der luft zerrissen hat daraufhin hat er dann geguckt was sich unter ihm entwickelt als dann dieser jäger dort unterwegs gewesen ist hat er einfach mal ganz kurz die maschine in die richtung gedreht ist runtergegangen boom and zoom und hatten dann zerrissen das hier ist jetzt bereits schon aus dem zweiten gefecht das ganze ding eingesetzt als höhenjäger so wie es eigentlich auch sein sollte und ihr seht das einmal ganz kurz durch den bomber gerotzt dann eine schöne kurve geflogen den zweiten bomber direkt nachdem er seine bomben abgeworfen hat das kann man jetzt hier noch sehen wie die bomben rausfallen mit einer ganz kurzen salve auch wieder an der richtigen stelle getroffen und das feindflugzeug zerlegt die sette im spiel steigt unheimlich stark unheimlich schnell das heißt ihr habt mit diesem flugzeug tatsächlich die möglichkeit rechtzeitig auf höhe zu kommen um dann eben die feindlichen bomber flugzeuge daran zu hindern entweder die basen zu zerstören oder aber zumindest dann wenn sie wieder am zurückfliegen sind aus dem gefecht zu nehmen je weniger bomber der gegner hat desto geringer ist die wahrscheinlichkeit dass eine weitere basis oder ein flughafen zerstört wird insofern also sicherlich eine sache die zumindest für die jäger sehr sehr wichtig ist damit das gefecht nicht direkt am anfang gleich wieder zu ende ist so er macht genau das was man mit diesem flugzeug machen sollte er gewinnt wieder an höhe gleichzeitig versucht er dabei auch geschwindigkeit aufzubauen dafür eignet sich die set ganz wunderbar hier hinten haben sich jetzt zwei gegner angeboten auf die er jetzt erstmal ganz vorsichtig eindreht das erste da vorne ist eine p51 die seitwärts versucht an ihm vorbeizukommen also sie sucht gar nicht den direkten zweikampf durch ein head on allerdings hat sepax ihm da keine chance gelassen indem er einfach eingedreht ist und dann eine entsprechende salve im vorhalt vor das flugzeug gesetzt hat was die p51 dann natürlich nicht überlebt hat jetzt haben wir oben einen spitfire mit einem eindeutigen höhenvorteil das erkennt sepax auch sofort hört erst mal nach rechts weg weil er gesehen hat die maschine stürzt sich auf ihn runter und wird gleich das feuer öffnen somit ist diese salve mehr oder weniger ins leere gegangen jetzt machte das was mit diesem flugzeug eben unbedingt gemacht werden sollte erst mal abstand zum feind herstellen durch die starke steig leistung dieses flugzeuges ist das durchaus auch machbar gewinnt an höhe gewinnt gleichzeitig an geschwindigkeit natürlich jetzt nicht in dem moment wo die nase nach oben zeigt aber jetzt gleich wenn er wieder in den vertikalen flug geht dreht auf den gegner ein ihr seht das selbst die distanz ist mittlerweile wieder relativ groß geworden versucht jetzt in relativ großer höhe über den gegner zu kommen um ihn dann quasi wieder per boom in zoom anzugreifen so und jetzt kommen all die ganzen punkte wo ich sage da erkennt man denjenigen der sich mit der materie auseinandersetzt und derjenige der einfach nur den kill tunnel blick hat so wie ich er guckt und wartet ab und schaut wo sich etwas lohnt da unten sind zwar flugzeuge unter ihm zum beispiel da jetzt auf der linken seite die spitfire aber anstatt hier jetzt ein turn zu machen einzudrehen und sich runter zu stürzen da hält er sie einfach im auge guckt wie sich das entwickelt hat jetzt unter sich die p 51 entdeckt die er als allererstes als ziel erstmal ausgemacht hat sieht dann aber sie zieht unter ihm durch wenn er jetzt komplett hören müsste wird er zu viel fahrt verlieren deswegen bleibt er gerade im geradeaus flug stürzt sich jetzt auf die nächste maschine die auch unter ihm durchzieht auch hier macht es keinen sinn mehr den angriff fortzusetzen denn sobald wir enge kurven fliegen verlieren wir so stark an geschwindigkeit dass jeder vorteil den wir in dem moment eigentlich haben komplett zunichte gemacht wird stattdessen versucht er die maschine noch mal komplett um 180 grad zu wenden guckt ob er das flugzeug über den fein wieder in eine angriffsposition bringen kann die sinn macht stürzt nach unten durch da hat er jetzt seinen gegner entdeckt der ihn wahrscheinlich auch gar nicht gesehen hat kleine kurven sind natürlich durchaus im rahmen des machbaren hat leider gottes verfehlt was sicherlich dem zu schulden ist dass derjenige wunderschön eingetürnt hat und da mit der maschine hinterher zu ziehen entweder a überhaupt gar nicht möglich oder b in dem moment dann das eigene todesurteil weil man an fahrt und energie verliert und das wäre absoluter quatsch sepax baut noch mal wieder höhe auf versucht sich wieder nach oben in position zu bringen also hier auch nicht der wille ich muss ich muss ich muss killen sondern tatsächlich eiskalt überlegt was ist das was ich kann und dementsprechend versuche ich das dann auch umzusetzen jetzt stürzt er wieder nach unten als eine maschine gespottet worden er ahnt wo sie ungefähr ist im moment keine sichtlinie sie wird jetzt allerdings gleich wenn ich das richtig in erinnerung habe wieder zu sehen sein genau da ist sie und da macht er dann genau das was das flugzeug kann ein kurzer vorhalt einmal ganz kurz schießen und dann ist das thema auch schon durch ihr seht das das flugzeug hat die ganze zeit energie gehalten geschwindigkeit gehalten und vor allen dingen auch höhe gehalten und insgesamt würde ich jetzt schon an dieser stelle sagen extrem starkes flugzeug wurde mit vier abschüssen in diesem match belohnt und damit ihr den ertrag noch mal seht habe ich den auch mit reingeschnitten vier abschüsse im realistischen modus mit einem premium flugzeug inklusive premium spielzeit da freut sich das silver lines konto können wir jetzt auch hier an dieser stelle sehen knapp 90.000 silver lines das ist natürlich ein ordentlicher batzen geld da freut man sich natürlich drüber und dementsprechend auch viele forschungspunkte könnt ihr da jetzt auch sehen wir kommen ins letzte match wo man nochmal alles in kombination sehen kann was er uns jetzt hier fortgeführt hat auch hier wieder das flugzeug schön hoch er hat genau das gemacht was dieses flugzeug kann nämlich höhe gewonnen und versucht dann aus dieser überlegenen position auf die feinde im grunde genommen einzuprügeln hier bieten sich auch schon die ersten gegner an auf die er sich runter stürzt das flugzeug baut wieder geschwindigkeit auf die lenkmanöver sind eher minimal und jetzt seht ihr das auch ich hätte jetzt da hinterher geturnt oder spätestens hier versucht meinen stich zu machen sepaks merkt aus der position heraus funktioniert jetzt nicht sah im anflug natürlich um ein vielfaches besser aus dann wo es eigentlich zu der situation kommt wo man sich entscheiden muss will ich jetzt denjenigen abschießen oder breche ich den angriff ab hat er sich richtig entschieden und ihr seht dass er zieht die maschine sofort wieder hoch gewinnt sofort wieder an höhe die flugzeuge unten die am turn gewesen sind kommen gar nicht hinterher dafür haben sie nicht die nötige energie und auch nicht die nötige motorleistung er kann die ganze maschine in ein looping bringen hat jetzt das flugzeug wieder in der richtigen position überblickt einmal ganz kurz das schlachtfeld schaut wo sind welche gegner und welche gegner bieten sich als ziele an in dem fall jetzt die ganzen maschinen hinter ihm das heißt wir müssen noch mal eindrehen maschine hat jetzt 440 kmh wir gehen in einen leichten sink- oder sturzflug bauen dadurch geschwindigkeit auf hier benutzen dann auch web die motorunterstützung und ihr seht das wie rasend schnell die geschwindigkeit nach oben geht auch hier habe ich die anflugphase einmal ganz kurz rausgekürzt weil auch dort der angriff abgebrochen worden ist dadurch dass die gegner sich eben dann doch in andere richtungen bewegt haben und jetzt seht ihr das hier mit einer wunderschönen rolle versucht er wieder in position zu kommen stürzt auf den gegner runter der sich ihm dort anbietet stürzt dran vorbei und nimmt sich den der genau in die richtung geflogen ist so dass er quasi von oben in denjenigen hereinwirken konnte hätte der jetzt eine kurve geflogen hätte sepax nichts machen können aber derjenige hat wahrscheinlich nicht mal gesehen dass der sepax quasi von senkrecht oben runter kommt so angriff beendet maschine auf volllast gebracht wieder höhe gewinnen und ihr seht dass er zieht von den feinen weg die ja gerade noch versucht haben ihn zu beschießen das ist wirklich die stärke der maschine sie kann sich durch pure geschwindigkeit durch pure gewalt durch pure motorpower rasend schnell vom gegner entfernen und wenn das dann noch maschinen sind die sich da gerade sowieso in einen turn find verwickelt lassen haben ist die chance sogar sehr sehr groß dass man hier relativ schnell vom gegner wieder weg kommt so flugzeug ist wieder auf höhe ihr seht das rasend schnell wieder ganz ganz weit nach oben gekommen da bietet sich die nächste maschine als gegner an wieder eine rolle wieder runter in den sturz dadurch bauen wir geschwindigkeit auf hier wird jetzt nicht geschwindigkeit abgebaut entsprechender vorhaltepunkt und schon ist die maschine geschichte die 4 30 mm kanonen mit den minengranaten sind natürlich hier unschlagbar die haben wir jetzt nur ganz kurz angehittet die sollten wir allerdings im hinterkopf behalten diese jak 3 die ist jetzt also schon extremst hart getroffen gewesen auch wenn die jetzt nicht direkt in der luft zerrissen worden ist wird uns das letztendlich nachher nochmal auffallen auch die maschine ist jetzt quasi hier schon geschichte sie wachs hat wieder geschwindigkeit aufgebaut höhe erst höher aufgebaut jetzt baut der geschwindigkeit auf dreht nochmal wieder auf die jak 3 1 die zieht weg er versucht die maschine immer noch in die passende position zu bringen das ging natürlich vorbei ein versuch war es wert weil wir hier jetzt keine manöver fliegen mussten die uns wer weiß wie viel energie gekostet hätten er dreht nochmal hinter die jak hat es nochmal probiert es hat wieder nicht funktioniert und entschließt sich jetzt hier in dem moment der das macht alle keinen sinn erst mal wieder weg höhe gewinnen dann später wieder energie aufbauen und mich dann nochmal dem gegner zuwenden hier hat er sich vielleicht in dem moment sogar so ein bisschen darin verrannt dass er die jak unbedingt noch platt machen wollte er hat schon fast zu viel getörnt und gedreht dafür dass er in einer z sitzt hat sich aber glücklicherweise dann irgendwann wieder auf die stärken der maschine berufen macht genau das wofür die maschine da ist höhe gewinnen und ihr seht das rasend schnell ist er wieder der höchste auf der ganzen karte ganz kurz abchecken wie viel gegner noch da sind daraus kann man ja auch ungefähr ableiten welches risiko man jetzt eingehen kann oder nicht da unten sind jetzt die beiden gegner maschinen die er sich als nächstes vornimmt nach wie vor die jak 3 mit der sich eben schon ein paar mal duelliert hat wieder das gleiche manöver gerade drüber weg dann die maschine auf den kopf drehen und dann runter in einen sturzflug gehen energie aufbauen vorhalten kritisch getroffen wieder ist die jak 3 nicht komplett zerstört worden alle anderen flugzeuge fliegen ihm vor die nase und platzen auseinander die jak 3 hat hier jedes mal richtig viel glück gehabt aber trotz alledem am ende des tages wird bilanz gezogen und dann sehen wir mal weiter direkt nach dem angriff genau das gleiche spiel wie wir es jetzt immer und immer wieder in diesem video gesehen haben höhe gewinnen abstand gewinnen und aus dieser überlegenen position dann die maschine wieder in eine position bringen aus der heraus ein angriff sinn macht jak 3 jetzt erstmal uninteressant für ihn stattdessen versucht er sich der anderen maschine da unter ihm zuzuwenden ihr habt das jetzt gerade gesehen er hat einmal kurz um sich herum geguckt zwei maschinen sehe ich wo sind die restlichen maschinen oder die restliche maschine die da noch fehlt und wieder das gleiche manöver dreht die maschine auf den kopf geht dann runter in den sturzflug und klickt dem moped des feindes das licht aus so und jetzt hat er da vor sich die jak 3 die er eigentlich noch bekämpfen möchte aber die tut ihm jetzt den gefallen den sie eigentlich schon vor fünf minuten hätten zu tun sollen sie knipst sich das licht aus und er bekommt hier dann auch noch den abschuss er hat ihn jetzt nicht drauf geschossen dass einer sagt was ist denn da ist das buggy das ist die von eben kritisch getroffene jak 3 die jetzt letztendlich da gelandet ist wo sie hingehört nämlich auf dem boden jetzt zieht er einmal ganz knapp über dem boden mit sehr sehr hoher geschwindigkeit zwischen den inseln davon einfach weil das flackfeuer auch viel zu gefährlich ist hier ist tatsächlich das tief bleiben und sich schnell davon bewegen sicherlich besser als wenn man direkt über dem feindlichen flugfeld versucht an höhe zu gewinnen und jetzt ist es im jährigen team nur noch eine einzige maschine die besiegt werden möchte da ist sie die spitfire hat alles richtig gemacht in dieser situation die spitfire sie hat sich nicht auf ein head on eingelassen und jetzt kommt etwas was ich total geil fand er stellt die maschine senkrecht steigt 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 bis sie irgendwann natürlich einen strömungsabriss hat die spitfire kommt nicht hinterher die maschine steigt weiter steigt weiter steigt weiter steigt weiter kippt jetzt über die tragflächen ab die spitfire ist schon lange abgekippt die konnte dieses steigmanöver nicht mitfliegen er wendet die maschine stürzt hinter die spit die jetzt eigentlich versucht davon zu kommen sie hat ja gemerkt ich habe keine chance und knipst hier das licht aus und hat somit das gefecht gewonnen nachdem es am anfang eigentlich ganz anders aussah da sah es nämlich so aus als wenn das deutsche team verlieren würde dann habt ihr einen dazwischen der macht fünf kills und dann wird das ganze match rumgerissen und dementsprechend auch der ertrag halleluja ordentlich viel silver lines so da sind wir wieder ihr habt es gesehen ein flugzeug das in den richtigen händen richtig gespielt richtig böse ist gerade bei den flugzeugen gibt es viele leute die eben nicht richtig spielen können und da auch nicht die richtigen hände für haben ich bin unter anderem einer dieser kandidaten die das nie so wirklich hinbekommen und es wird sicherlich auch einige spiele da draußen geben die sich zwar die z gekauft haben aber es niemals so wirklich hinbekommen werden ist einfach so und für die ist das flugzeug dann vielleicht ein bisschen doof wichtig ist dass man so ein paar grundsätze verinnerlicht und sich da irgendwo auch dran hält und das kann man dann eigentlich sogar auf andere flugzeuge hier im spiel umsetzen dafür muss man dann nicht nur die z nehmen sondern es ist dieses abwarten abwarten darauf dass sich die richtige situation ergibt um einzugreifen und wenn man dann mit diesem flugzeug in der richtigen situation zuschlägt dann kann man damit auch richtig erfolg haben und auch spaß haben wenn man sich allerdings so wie auch mir das immer und immer wieder passiert sich dazu hinreißen lässt weil man ja jetzt unbedingt doch einen abschießen würde sich mit irgendwelchen gegnern auf irgendwelche dinge einzulassen die so ein flugzeug überhaupt gar nicht kann dann darf man sich nicht wundern wenn man mit dem ding nichts hinbekommt ich bin tatsächlich einer von den spielern die eher zu der gerade von mir genannten kategorie gehören man dümpelt da zehn minuten mit seinem moped in der luft rum und jetzt will man doch endlich auch mal einen abschießen und notfalls fängt man dann auch an blöde kurven zu fliegen oder sonst irgendeinen käse alles nicht gut versucht euch wenn ihr euch tatsächlich dafür interessiert mit diesem flugzeug was hinzubekommen und vielleicht auch insgesamt besser bei den airforces zu werden an das zu orientieren was euch der sepax jetzt hier gerade in diesem video quasi gezeigt hat der hat nicht auf jeden geballert der sich ihm angeboten hat er hat sich die gegner rausgezogen oder rausgesucht wo es sinn gemacht hat tatsächlich dann auch einzugreifen und dann hat er sich an den stärken dieses flugzeuges orientiert für mich immer noch faszinierend wie dann mal ebenso von links nach rechts eine gabe losgeschickt wird ganz kurz und dann zwei sekunden später bricht der ganze gegner auseinander allein dieses schießen üben und es dann hinterher dementsprechend auch im spiel immer und immer wieder umzusetzen dafür muss man dann schon einiges in diesem spiel mit dem flugzeug gemacht haben also ich würde sowas nicht hinbekommen deswegen hier meinen allergrößten respekt kommen wir zur eigentlichen frage es ist ein premium fahrzeug und da stellen wir immer gleich zwei beziehungsweise drei fragen die wir am ende dann auch beantworten frage nummer eins ist das battle rating überhaupt das richtige und auch hier habe ich mich jetzt einfach mal an den aussagen der leute bei uns in der kampfgruppe orientiert die mit dem flugzeug spielen und mit dem flugzeug auch was hinbekommen und die sind sich fast durchgehend darüber einig dass das flugzeug zumindest im realistischen modus arkade fliegen sie nicht aber zumindest im realistischen modus ein zu niedriges br aktuell hat es könnte also durchaus sein dass es eine anpassung nach oben geben wird 47 ist so wie das flugzeug sich aktuell darstellt wohl ein bisschen zu niedrig 50 er sogar 53 ist hier denkbar das heißt nicht dass die maschine dann nicht mehr zu gebrauchen ist aber das könnte uns erwarten das sei denn die masse der leute die nicht mit diesem flugzeug umgehen können ist nach wie vor so groß und bleibt trotzdem bei der stange dass die statistik das eben nicht verrät dass dieses flugzeug schon ordentlich was kann dann könnte sie natürlich auch 47 bleiben erfahrungsgemäß ist das allerdings nicht der fall denn irgendwann fliegen diese maschinen nur noch die leute die damit auch umgehen können und dann wird sich das in den statistiken dementsprechend auch abzeichnen preis leistungsverhältnis ich glaube das preis leistungsverhältnis ich habe mir das flugzeug auch selbst ist absolut okay wir sind hier im preislichen rahmen ganz knapp an 30 euro bekommen dann allerdings nicht nur ein wunderschönes und auch einzigartiges flugzeug das zudem auch noch tatsächlich zu gebrauchen ist sondern wir bekommen auch 1000 golden igels und premium spielzeit wenn man allein die golden igels und die premium spielzeit runter rechnet liegen wir preislich bei der maschine nur noch um knapp 20 euro für ein 47er premium flugzeug das dementsprechend auch einen hohen ertrag auswirft denke ich ist das ein wirklich vernünftiger und fairer preis ich vergleiche das ja immer mit anderen dingen die wir im spiel hier für geld kaufen können und hier muss man auch einfach mal sagen ich habe manchmal so den eindruck bei den leuten die sich dann doch eher auf das thema flugzeuge konzentrieren läuft zumindest im premium segment oft noch ein bisschen besser da sind dann oft wirklich maschinen mit dem man auch wohl was anfangen kann und den kauf nicht unbedingt sofort wieder bereuen muss weil damit gar nichts hinzubekommen ist ähnlich sieht es ja leider gottes oder anders sieht es ja leider gottes hin und wieder bei den ground forces aus ist jetzt kein thema für ein flugzeug video aber hier passt das tatsächlich ich werde es mir jetzt irgendwann in den nächsten tagen auch mal selbst angucken in den naval forces habe ich ja schon mal ausgepackt und bin ein bisschen doof mit rum geflogen insgesamt kann ich nur sagen nach all dem was man mir so zu dem flugzeug erzählt hat eine super geile maschine und das glaube ich dann auch und genau deswegen kann ich es auch so in diesem video wieder geben ich bedanke mich fürs zuschauen würde mich freuen wenn du mit einem der nächsten videos oder livestreams wieder mit dabei seid tschüss bis zum nächsten mal alles gute euer geht